Willkommen zurück zu Let's Play Lantern Latte 2000 Ich hab hier ein bisschen Wattel, ich hab auch ein bisschen Scheiß gebaut wie ihr seht Wir sind aber gleich sofort durch Haben wir noch ein bisschen Geld Das ist auch ein bisschen Scheiß, ne? Oh weide, wo wo ist das noch fahrt? Äh, dann fährst du, fährst du, fährst du, fährst du, wunderbar So Wer ist fährst du, fährst du, müsste ja auch ein Dreck mit sein So, geschaffen hat, ja, für die Dünste ist herrlich Noch half voll Hab ich das noch was für hier rein zu machen, oder? Ist schon alles Nein Schalb, nicht lang Oh Fährst du noch? Kann ich eigentlich jetzt auch schon wieder auf die Bomben wechseln Das ist auch was für hier 올�are, jetzt Jetzt ich hoffe, es geht »schlega ум Schnelle« »schlega« 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 »- »schlega« 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 Das ist schwierig. Nein, noch nicht. Ich fache nicht, was ich jetzt hier machen will. Ohne Scheiße, wie ich da mache. Ich muss noch auf den Reis unschalten. Was ist die Fahne gewesen? Ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Verdammte Hacke. Ich möchte es ein Geräusch. Jetzt wird der Schrank bereit. Auslösen macht. Da war nur eine Wattungsphase unterschiedlich. Ich muss das manuell machen. Ich muss noch auf Profahrt umschalten. Das ist nicht so ein Faktenfahrzeug. Ich verflüge, dass es in der Regierung kippt wird, ich denke nicht. Es ist auch noch kein Regen, war zu schwer, ne? Aha, gut. Jetzt rein, bitteschön. Viel Spaß. So. Hier schauen wir uns auf Z24 an. Garten verkleinern. Momentan kann man ein bisschen verfügbar, okay. Dann, ne, das Freaketamarsch jetzt bestimmt nicht. Aber wo ich eigentlich schon, äh, ich erzähl mich nicht mehr, dass ich noch vor einsammeln muss. Ich muss immer bitte eine erklären. Halt mich auf die andere Seite. Ich muss da rüber, bis hier rüber. dann, ähm... Dann, ähm... Dann, wenn wir eine Beschwingung gehen. Wenn wir als letzten Fall eine Wachstisch-Sahle durch haben, werden wir uns heute 68 kaufen und da, äh, das, äh, bearbeiten. weiter alles alles Ja. Ja. Kom. Du kommst. Ehh. Ja. Ja. Hei! Hei! Ja, was das eigentlich schon? Ja, hier kann man irgendwie nicht. Ansonsten. Die Welt. 50.000? Ah, 15.000. Gefährt. Schwarz. Oh, rei. Das muss dauern. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Das hast du wirklich schon dabei gedacht jetzt. Aber ich habe nicht gesehen, 16.000 Euro. Aber das dauert die Arbeitsweise hier. Aaaaah! Wir erscheinen noch die Zeit. Okay, das ist dann wirklich auf keinen Fall ausgemacht. Scheiße, Mann. Das habe ich mir dabei gesehen, ja. Sollte vielleicht vorher überlegen, wenn ich das nachher. Ich mache es unten und fahre aus. Das ist schon auch nicht so schlecht. Ich mache es schon ein bisschen ausfolgen. Also, wenn ich es notiert, dass es sich verhält, dann kann es nicht so ein bisschen in seinem Körper. Natürlich ist das schon vorgefahren. Wenn ich es da ruhig mache halt. Wenn ich es mache. Das kann man natürlich auch nicht vergleichen. Da unten ist es dann wieder hochsteigend. Es ist ein kleines Schneidwerk und eine große. Aber wenn ich es selber beim kleinen Schneidwerk so ein bisschen macht. Dann hätte ich doch schon mal zuversichtlich. Kein Fehler war jetzt die Gasse gegen die Sommigen auszutauschen. Ich hoffe, es war kein Fehler. Oh Mann. Es ist jetzt zur Arbeit, aber... Es ist jetzt zur Arbeit, aber... ...durch war das kleinste Gerät, das was da ist. Hier richtig. Ach, oben verpackt. Ich kann ja gar nichts zu verschütteln. Nein. Ich glaube, ich habe euch die Woche sucht am besten wie langweilig es jetzt. Ach, schön. Wenn das letzte Kamin gewesen ist, dann ziehe ich es in der Marker. Bitte auf einmal. Bei mir hinten runter kann ich ihn. Hier ist es happig. Hier ist es ein Bunches. Hier bin ich diesen Abkrum. Herrin. Du musst lauch. Komm. Das war ein Bunches. Das war eine Alkohol. Er ist schnell. Da ist unser Abkrumm. Ul, nicht aber. Ich hätte疲艙 können. Ich habe es noch ganz Handel. Und dann nehmen wir die Ausscheidung auf die Scheibe wieder ab. Ja, das ist satt gemacht. Und das hat die Ukraine gemacht. So, sagt er, auf die Mitte nicht. Seht ihr kein Spruder? Erst abliegen können. Ich bin gleich auf jeden Fall gespackt, ich hab mal ein bisschen Synthese ausgeschafft. Jetzt. Das ist nicht mehr so, glaube ich. Wieder. Ich kann nicht klar kommen, dass ich einen Mühlmaker machen darf. Einer nicht mehr. Wie sind wir so zusammen bei Helfer jetzt? Helfer machst du? Helfer? Ich hab mir nicht selbst zuzuschreiben, ich muss das selber durch. Ich bin gleich mal gespannt zu sehen. Aber klar, wie man verschlägt noch. Ja, so was ich jetzt schon mal schön hinbekommen habe. Ich hab einen Händen zum Traum. Ich suche mir nach, ich glaube, das war so viel schneller so, als ich zu viel zulaufen habe. Mit der kohlen, irgendwie klar sich hier. Natürlich kohlen. H Ich denke, wenn ich richtig Dá�� hak bauchen. Alles okay. Ich bin gleich großartig. Ich will uns bis jetzt einfach mal wissen, wie es rauskommt. Ich verscheid mich halt da. caut und muss zu advanced! Was? Was? Welche für eine Scheiße? Vielleicht haben wir noch 50 Spiele mit 23? Ja, mit 20 Spielen. Ja, mit 20 Spielen. Ja, mit 20 Spielen. Ja, mit 20 Spielen. Ja, már nicht los. Was soll ich jetzt erzählen? Ich weiß das auch nicht. Spiel ist geil, aber es sind doch gar nichts gehalten, aber was soll ich noch erzählen? Ich weiß nicht, was soll ich erzählen? Ich weiß nicht, was soll ich erzählen? Spiel ist nicht ab. Ich bin jetzt noch ein Boxen geholt. Ich weiß nicht, was ich eigentlich immer in der Gefahr waren. Wir waren jetzt 15 Jahre alt. Ich weiß nicht, was soll ich noch nicht machen? Wie hieß das Scheiße? Warum oder so? Bazaar? Oder Bazuu? Bazuu, glaube ich. Nicht Jesus, sondern Bazuu. Wäre... möglich. Vielleicht auch mal nach so weiteres Folgen, wie wir jetzt vorgehen wollen. Könnte ich auch überheben, aber... Jetzt so aus der Ferne, ich weiß nicht, wie gesagt. Mit der Flamingia zu erzählen, könnte ich nicht wirklich fördern. Ja. Wir müssen dann halt sprechen. Ich mach mal... Ähm... Ich muss nicht mehr sprechen. Ja. Weites Vorgehen. Ich mach hier Feld 24 für Soja oben. Wenn wir das Feld haben, werden wir entweder auf einen neuen, 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 stärkeren Päcker gehen. Oder auch auf Feld 25. Ne, Feld 26 schon mal gesagt. Wo wir da die Gärten... äh... Ach, der war es glaub. Wenn das nicht rauskommt. Ich bin nicht schlecht vom Trecker. So ist er dann. Mach mal. Uh! Ach, das ist ja süß. Okay. So, ich bin auch mal gespannt. Warten wir den nächsten Part von Solariscom. Ich muss noch da jetzt alles anschauen. Okay. Das ist auch erst mal für ihn. Ähm... Ich werde natürlich auch ein bisschen versuchen zu unterstützen. Weil... In dem Sinne ich vielleicht meine Erfahrungen ihm mitteile. Wie das vielleicht besser laufen kann. So, weil ich dann sehe, wie er das macht. Es wieder hingestellt. Er kann das denn... Werde es so machen, wie er das richtig hält. Wie er es meint. Ich werde wohl meinen Sinn, wo der Set... Ich werde mal selbst damit zugehebe sprechen. Äh... Und aus meinen Erfahrungen, mit dem, was ich hier mit dem Spiel bis jetzt für Erfahrungen gemacht habe. Um dir vielleicht da... Ein bisschen... Zu helfen. Wenn du da etwas gesehen solltest. Ähm... Ich bin gespannt. Ähm... Letzte Woche hat er den ersten Part... Wie ich gemacht. Hat er sich nicht mehr umgeschaut. Wie wir auch. Unser erster Part war... Äh... Wenn das weggeht. Und da schon auf die Käfer... Definitiv genug... Ähm... Genug... Nachschmäh... Erfrag... So. Dann... Später haben wir gesagt, als Maisfett für die Frühgartenlage Fett 8 ungefähr so viel wie im Sausenoffer, glaube ich, könnte es ungefähr hinhauen 15, nicht aber nicht Wenn wir Fett 7 als Maishexenfett nehmen, dann haben wir da auch schon ausgesorgt Das kleine Stückchen da am E, das können wir wegmachen, damit wir sauberen Abschluss haben Und nicht so kleine Stückchen drin haben Da ist auch schon ein Stückchen versatzt, ist heiße Da ist auch ein Stückchen versatzt, da ist ein kleines Ding da Und da ist der Weganzeichen einfach nur Und dann vielleicht später Grasfeld für die Tür und für Schaf und Schweine etc. Hast du nicht gesehen? Ja, schließen, ich weiß Ja, und dann in anderen Zeit, in anderen Foto nehmen wir später vielleicht auch zugefohlen werden Wir haben uns dann Gedanken übermachen, wenn wir nicht so weit auf Verständnis haben, wir haben auch in der Zeit erstmal wieder die Fahrzeuge investieren müssen Aber wir werden sehen, ich würde sagen, wir heute sind mal durch Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Let's play Lampesalator 2017 Ich würde euch zudem noch, heute ist Samstag Einen schönen heiligen Abend Ja, doch, heiligen Abend bis heute Ähm, morin, erster Weihnachtszeit, sehen wir uns wieder Das heißt, wir sind nett, wir hören uns Ähm, ja, durch eine Unterrichtleitung, wenn ich das so mache, dass ich auch halb Während Ferien und Urlaub habe etc. pp Ähm, auch mal auf, äh, hochnahle Ich konnte damals vernetzen Und, egal Ich mache das Schluss Sonst sehe ich uns wieder kommt, wenn ich wieder weiter laba 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 Und dann habe ich die, äh, letzte Folge Die Subtagsfolge, also morin, die Folge auch schon aufgenommen Äh, an einem Stück und ich hab wieder gucken, wo ich die Zeit da Von daher, bis moin Ciao